Hallo liebe Gäste, die Winterzeit steht vor der Tür und was gibt es besseres als einen kleinen Weihnachtscocktail und den zeige ich Ihnen mal, wie das funktioniert. Folgendes Equipment braucht man dazu, ein Cocktailglas, etwas zum Shaken, ansonsten Amaretto und Maracujasacht und einen kleinen Schluck Zahn. Alles vor. Das Glas sollte schön gekühlt sein. Zwei Zentimeter Sahne Vier Zentimeter Amaretto Und ca. acht Zentimeter Maracujasaft Das Ganze kräftig schämen Applaus Dazu eine kleine weihnachtliche Dekoration Ich halte mich, dass der Weihnachtscocktail sehr zum Wohl Ich halte mich, dass der Weihnachtscocktail sehr zum Wohl Ich halte mich, dass der Weihnachts billig schämen Ich halte mich. D friendships